Und wir sind wieder live. Der Server ist wieder da. Nach langen Arbeiten jetzt dann doch kurz nach 16 Uhr geht es wieder los. Sehr schön Petri-Ölümmels ran ans Wasser und wir schauen uns natürlich jetzt erstmal die Patchnodes an und natürlich auch ein wenig das neue Gewässer. Also legen wir los vom neuen Gewässer. Sehen wir ja gerade noch nicht so wirklich viel. Es ist gerade nachts, nachts 2 Uhr. Sehr schön gemacht. Am Tag schauen wir uns natürlich nochmal alles ein bisschen detaillierter an. Hier gibt es das Angelgeschäft. Da schauen wir am besten natürlich auch nochmal rein, ob es irgendetwas Neues gibt. Es hieß ja auch schon, dass es in Richtung neue Köder gehen soll. Da bin ich natürlich speziell fürs Kunstangeln super interessant und interessiert dran, ob es, guck mal hier, guck mal hier, guck mal hier, guck mal hier. Neue Rollen. Simon Overlord, neue Rolle. Eine Tausender mit 5,5. Sexy. Gute Qualität, fantastische Qualitäten. 2000er, 7 Kilo. Sehr schön. Ich würde sagen, da gehen wir aber alles nochmal schön Stück für Stück. Sieht auch sehr, sehr cool aus. Gehen wir schön Stück für Stück im Detail nochmal rein. 6,5. Inwieweit wir und inwieweit solche Rollen Sinn machen, das werden wir mit Sicherheit auch sehr, sehr cool. Werden wir mit Sicherheit in den nächsten Wochen alles Stück für Stück durchgehen. Das sieht alles sehr, sehr cool aus. Tausender und Zweitausender Rollen. Alles hier die Overlord Serie mit verschiedenen Tragfähigkeiten abgefahren. Und da kommen wir dann natürlich auch, wenn wir jetzt gerade überlegen, aus dem Weihnachtsladen. Da kommen wir dann natürlich auch in diesen Bereich, dass die Tragfähigkeit der Route so langsam interessant wird. Das sind natürlich richtig schöne Dinger. Im Baitcast-Bereich auch hier. Neu, Neu, Neu. Simon Minister. Alter, es wird wild. Es wird wild. Eine 6.000er. Ideales Spinninggerät. 17 Kilo. Auch da Top-Qualität. Dann die nächsten hier. Minister. 18, noch was. Oh, jetzt müssen wir aber schon überlegen. Ah ja. Jetzt muss ich ja. Und das ist gut. Darum habe ich gesagt, Leute, spart. Wartet ab bis zum Weihnachtsmarkt. Bis zu dem großen Patch. Kaufe ich mir jetzt schon mein großes Set. Kaufe ich was vom Weihnachtsmarkt? Oder gehe ich vielleicht doch hier in die neuen Rollen? Die ist 19 Kilo. Auch schon richtig gut. Die es jetzt im Shop gibt. 26 Kilo. Yellow, Gold, Qualität gleich. Übersetzung, alles gleich. Einfach nur Farbe oder was? Einmal für 30 K oder einmal nur für Gold. Ich hatte übrigens, glaube ich, in einem anderen Video auch gesagt, irgendwie das mit dem Alkohol im Shop, im Weihnachtsmarkt. Da heißt es schon unten drunter in den Kommentaren, au, Alter, dein Ernst, Alter, nur mit Gold zu kaufen. Alkohol natürlich nicht mit Gold kaufen. Katastrophe. So was macht man natürlich nicht. Abgefahren. Es sieht schon sehr, sehr gut aus. Wir gucken nochmal in die Kunstköder natürlich rein. Neue Spinner. Richtig geil. 4 Gramm Spinner. Alter, Belaya, wir kommen. Auch da wird das mit Sicherheit richtig spannend. Coole Optiken. Sehr, sehr, sehr geil gemacht. Leute, es wird wieder wild. Wir haben demnächst viel zu tun. Das Ganze auch nochmal in 8 Gramm. Hier vielleicht sieht man schon, vielleicht nochmal ein bisschen bessere Haken dran machen. Dann haben wir hier das Ganze nochmal in 13 Gramm. Also hier tendenziell ein bisschen größer. Kalmar von der Firma Kalmar Lurs. Schönes Ding. Gucken wir hier nochmal natürlich weiter. Auch hier Kalmar Lurs. Sehr, sehr geil. Ähnlich wie die Volkov. Genau. Auch solche kleinen Spoons. Super. Super. Alter, ich sehe mich hier schon wieder. Auch von den Farben her mega gut. Klare Farben, große Kontraste. Die wichtigen Basics, die wichtigsten Farben mit drin, die auch immer wieder funktionieren. Richtig gut. Das sieht schon top aus. Oh, es wird wild. Oh, jetzt geht es weiter hier. Richtig geil. Ich wollte gerade sagen, Deep Runner. Ne, das ist so eine Schaufel, die gar nicht so tief runter geht. Und wir sehen es auch hier. 50 Zentimeter. Oh, oh, oh. Hechtangeln. Ich komme, Alter. Oh, das wird wild. Oh, das wird wild. Das sieht schon richtig geil aus. Auch hier alles neu. Gewicht. Tauchtiefe 80. Tauchtiefe 60. 1,50 Meter. 3,50 Meter. Was haben wir hier? Blast X Minnow. Auch 1 Meter Tiefe. Alter, Leute. Das sieht alles sensationell auch aus fürs Angeln am Yama. Nicht zwingend auch hier. Also ich werde die natürlich auch hier testen beim Schleppen. Oberflächennah. Aber ich kann mir gut vorstellen. Also hier, so was. So ein Deep Runner. 4 Meter Tiefe. Das ist doch hier durchaus realistisch. Ich bin schon wieder pleite. 60 K. Weg. Ich bin schon wieder. Alter, Topwater. Yama angeln. Safe. Richtig geil. Ist er fluoreszierend? Ist er fluoreszierend? Zum Teil noch hier alles auf Englisch. Auf Englisch, auf Russisch eingestellt. Krass. Da kommen bestimmt dann auch noch die Tage. Ein paar Patchs, die das dann irgendwann aktualisieren. Gummifisch und Co. Da geht es weiter. Yes. Verschiedene Wecki-Würmer. Endlich verschiedene Wecki-Würmer. 2 Gramm, 2 Gramm. Sehr gut. 3,5 Gramm. Sehr gut. Und die größeren. Top. Wobei halt in der Vergangenheit immer die Kleinen wichtig waren und die Größeren irgendwie kaum Verwendungen gefunden haben. Hier jetzt endlich wieder richtig, richtig geile Wecki-Würmer. Verschiedenste Arten. Strukturiert, gepunktet und so weiter. Super geil. Leute, es wird wild. Es gibt wie gesagt einiges an Patchnotes. Ich würde sagen, wir gucken da jetzt mal eben rein. Naturköder gibt es glaube ich nichts Neues. Da hatte ich auch so nichts gelesen. Bei den Rigs auch nicht. Natürlich gibt es auch noch kein Fliegfischen und so Sachen. Und es gibt auch keine Tripods und und und. Abwarten. Das sind alles Sachen. Und es wird langsam hell. Nice. Das sind alles Sachen, die halt seit ewigen Zeiten immer mal wieder im Gespräch sind. Die auch nie irgendwie abgelehnt werden. Wo man dann sagt, nee so einen Müll braucht man nicht. Sondern es wird immer gesagt, ja wir sind da dran. Und ja sowas kommt, wenn es gut ist. Auch absolut verständlich. Die werden natürlich nicht von RF4 etwas rausbringen. Was dann nicht auch realistisch und auch richtig gut funktioniert. Stell dir mal vor, gerade das Fliegenfischen. Wie komplex alleine dieses Werfen der Schnur ist. Dass man quasi mit diesen Handbewegungen die Schnur oben in der Luft hält und dann rausschleudert. Das ist in anderen Games relativ simpel gelöst. Du wirfst das Ding aus wie eine normale Route. Aber das ist halt nicht der Effekt vom Fliegenfischen. Dass man dann quasi den Köder auf die Oberfläche drauf dutschen lässt. Und wieder so ein bisschen tänzeln lässt und sowas. Ganz ganz anderes Ding. Also das ist schon gut so, dass hier nichts überstürzt wird. Es kommt, wir sehen es ja, es kommt Content. Es kommen neue Sachen dazu. Und ich glaube wir haben demnächst viel zu tun. Jetzt gucke ich natürlich mal rein. Noch mal ein bisschen detaillierter. Das hatten wir ja gerade schon gemacht. In die Werkstatt. Ich werde aber auch hierzu wahrscheinlich nochmal ein extra Video machen. Denn es gibt eben nicht nur die Auswahl der Öle. Und hier sieht man es auch. Hier ist auch alles drin. Es sind auch nicht nur die Öle, die halt mit Gold zu kaufen sind. Das war glaube ich im letzten Video gar nicht richtig zu sehen. Hier sieht man auch die Silberpreise von den Ölen. Vielleicht waren die auch nur in dem Beluga Shop mit Gold zu kaufen. Hier wie gesagt auch mit Silber. Das ist soweit schon mal gut. Und bei manchen und nicht bei allen Rollen kann man eben hier Komponenten auswählen. Und zwar nicht nur die Öle, sondern hier zum Beispiel auch die Bremse. Wir haben jetzt hier eine Bremse. Die hat 9, also die hat 9 Kilo Bremskraft. Und wir könnten hier eine andere drauf machen. Aber die machen auch alle nur 9,99. Und hier ist eine, hier ist zum Beispiel eine bessere Bremse. Höhere Qualität, kostet natürlich entsprechend. Hat aber dafür halt 5 Sterne. Wird also länger halten. Durchaus eine Möglichkeit, sich auf seine Rolle, wo man sagt, Mensch ich habe hier immer so viel Verschleiß. Genau auf der Bremse. Wenn man die vielleicht einfach ein bisschen pimpen kann. Jetzt bin ich natürlich hier gespannt, Alter. Wir wählen hier. Lohnt sich das? Nee, ne? Hochwertiges Kugellager. Hochwertigeres Kugellager würde bedeuten. Warte mal, man kann es ja anklicken. Okay. Übersetzung. Ist es nur eine andere Übersetzung? Würde 14 Tacken kosten. Kostet mich auf der Spark, Alter. Wie gesagt, wir gehen da mal im Detail noch weiter rein. Steelness möchte ich natürlich auch noch mal kurz reingucken. Hier haben wir die meisten Veränderungen. Speziell eben für Baitcast sieht man solche Sachen. Wir können das Kugellager verändern. Wir können die Rollenbremse natürlich verändern. Aufpassen natürlich, wie das dann mit der Tragfähigkeit ist. Tragfähigkeit. Oder wenn man halt hier in die Spule dann geht. Dass man dann auch noch genug Schnurfassungsvermögen hat. Und, und, und. Abgefahren. Verschiedene Sachen. Man hat hier, sieht man hier die Infos. Hier stehen zumindest auch noch Infos dran. Für was das gut ist. Das ist super. Das heißt, wir können jetzt richtig deep in die Materialien reingehen. Ganz, ganz wild. Rollenbremse. Kriegen wir hier. Guck mal, hier können wir zum Beispiel auch die Bremse erhöhen. Das heißt, wir kommen jetzt hier schon auf 18 Kilo. Und da muss ich wirklich sagen, da überlege ich mir jetzt natürlich, und zwar noch einmal, kaufe ich mir denn dann überhaupt was vom Weihnachtsmarkt. Ich habe den hier gar nicht gesehen. Der Weihnachtsmarkt ist auch nicht an allen Gewässern vorhanden quasi. Und wie gesagt, da wo er da ist, da könnt ihr natürlich dann shoppen gehen. Überlegt es euch nochmal gut. Schaut euch das genau an. Auch speziell mit den Möglichkeiten, die jetzt im normalen Shop sind. Wir kaufen uns natürlich mal eben läppisch für 90 eine neue Map. Und sehen hier jetzt die große neue Map. Das ist viel Wasser. Das ist richtig krass. Alter Falter. Winziges kleines Archipel. Kleiner Zeltplatz am Arsch der Welt. Und wir sitzen da auf einem 30 Meter hohen Hügel. Ist der Hammer. Ist der Hammer. Ja, krass. Sehr, sehr krass. Gibt es noch etwas? Lebensmittelgeschäft. Ganz normal, ne? Wobei könnten wir natürlich auch nochmal reingucken. Hier oben Kaffee mit Aufträgen. Baltischer Stör mit 250 Kilo. Alter Ripusmaränen. Mensch, Fische allgemein. Wir müssen natürlich gucken. Was gibt es für Brocken? Und es wurde ja auch schon geangelt hier. Da. Aal. Auf Jig gefangen. Atlantischer Lachs. Steht auch gleich noch in den Patchnotes. Gehen wir nochmal drauf ein. Baikalmaräne. Superinteressant. Bringt auch ordentlich Kohle. Döbel. Das sind alles so Klassiker. Haseln. Hechte. 20 Kilo Hecht wurde schon gefangen beim Schleppen. Leute, es wird schleppmäßig sehr, sehr wild. Was natürlich wirklich wieder mies ist. Und ihr wisst es, ich bin da überhaupt kein Fan von. absolute Katastrophe, dass man in solchen Fällen hier immer wieder nur eine Art Köder sieht. Und ich muss wirklich sagen, ich breche da ins Essen. Wenn ich diese Köder an fünf verschiedenen Gewässern, jetzt blöd gesagt, auf 20 verschiedene Fische sehe, dann ist mit diesen Ködern irgendwas nicht in Ordnung. Ähm, und da muss ich echt sagen, das ist, das ist lost. Das ist komplett lost. Wieso macht man diese Köder so übertrieben? Ähm, irgendwo fehlt da das Balancing. Absolut. Absolut. Also dann fange ich lieber tatsächlich keinen Fisch auf irgendeinen Köder, den ich mir ausprobiere, als das hier quasi in jedem verdammten Fisch dieser Köder drin ist. Auf einem Stint und was nicht alles. Das ist doch, das ist doch nicht auszudenken. Das ist doch nicht auszudenken. Also bei sowas muss ich ehrlich sagen, da wird mir schlecht. Das macht das Game definitiv kaputt. Ich hoffe auf sowas hier. Das sieht schon gut aus. Geil, Alter. Schön mit dem neuen Wurm. Wecki-Wurm. Ladoga-Lachs. Richtig geil. Ich glaube, das wird richtig gut. Zu den, äh, Saiblingen und so kommen wir auch gleich nochmal in den Patchnotes. Da gehen wir nochmal schnell durch. Ich meine, im Großen und Ganzen, die Patchnotes sind im Forum. Die werdet ihr in den letzten Stunden wahrscheinlich schon mehrfach durchgelesen haben. Ähm, wir gucken gleich nochmal kurz rein. Ob es da ein paar wichtige Punkte gibt. Und ansonsten gehen wir natürlich auch nochmal gleich hier rein aufs Boot. Ähm, schauen wir mal ganz kurz rein hier mit, äh, mit den Patchnotes. Das neue Gewässer und so weiter. Hinzugefügt ab Level 27. Hatte ich bisher noch nicht erwähnt. Äh, finde ich auch übelst fair, dass es nicht wieder im High-Level-Bereich ist, sondern dass man so im Mid-Game auch tatsächlich mal an seine Grenzen kommt. Dass man reingeht, dass man auch ein bisschen halt an die großen Fische rangeführt wird. Und auch ruhig da schon die Grenzen erfährt von seinem Setup. Und dann irgendwann mal sagen muss, ja scheiße Alter, mit meinem 5 Kilo Setup sollte ich hier vielleicht nicht angeln. Sondern da gibt es eben auch andere Möglichkeiten erfolgreich irgendwie was rauszuziehen. Oder man geht wiederum an diesem Gewässer halt hin und sagt, ja dann konzentriere ich mich halt speziell auf die kleineren Fische. Und nutze aber trotzdem die Abwechslung dieses Gewässers und kann eben dann die großen vielleicht auslassen. Nutze aber dann schon mal die kleineren Fische. Mehr Werkstattmenü wurde verändert. Wie gesagt, dazu wird es nochmal ein extra Video geben. Da werde ich mich nochmal schön reinarbeiten. Welche Möglichkeiten am effektivsten und am sinnvollsten sind, folgt in den nächsten Tagen. Das ganz sicher. Bootsystem, das mit dem Boot kaufen. Da gehen wir jetzt gleich natürlich nochmal drauf ein. Boot und ja, dass wir da irgendwie auch dann mit dem Echolot hier, dass wir da hier alles scannen können. Das wird super spannend. Was haben wir denn noch? Regler für Soundinterface. Das ist auch sehr praktisch, dass man eben im Sound nochmal umstellen könnte. Das könnt ihr selber euch anschauen. Mit der Lautstärke. Genau, in verschiedenen oder meisten Gewässern ist der Weihnachtsmarkt. Vintage-Rollen im Weihnachtsmarkt sind wieder drin. Hatte ich ja gerade schon in dem Weihnachtsmarkt-Video gezeigt. Das Mindestgewicht von Bach, Ladoga und Klotz-Saibling wurde erhöht. Heißt also größere Fische. Hängt halt auch wieder damit zusammen, dass die Fische einheitlich gestaltet werden sollen. Das heißt, das ist ja hier der Ladoga. Wir haben einmal Ladoga Alt und Archipel-Ladoga jetzt. Aber trotzdem halt ein riesengroßes Gewässer. Auf zwei Maps hier aufgeteilt. Und aufgrund dessen müssen die natürlich so einigermaßen gleich sein. Genau das Gleiche zählt eben auch für den Volcho. Der Volcho mündet quasi hier rein. Und dementsprechend haben wir da auch ähnliche Fische dann wieder drin. Und wir haben das ja gerade auch mit der Ripus-Marine zum Beispiel gesehen, die auch hier wieder drin ist. Aber eben auch dem Atlantischen Lachs. Atlantischer Lachs eben aus den Rekorden, aus dieser Trophy-Liste vom Volcho raus. Hier drin nochmal tituliert als sehr selten. Dementsprechend wird es hier auch schwierig werden, das Ding immer noch zu fangen, der Atlantischer Lachs. Ich habe ihn immer noch nicht. Hartes Ding als Trophy wird mit Sicherheit auch hier nicht zwingend einfacher. Wobei, glaube ich, auch da schon Trophys gefangen wurden jetzt hier. Heißt also in den ersten Tagen natürlich direkt wieder Gas geben hier. Rausziehen, was gerade geht. Schauen wir nochmal kurz rein. Trophäengewicht, Mindestgewicht, Trophäengewicht, baltischer Stör wurde erhöht, Bach und Go. Das hatten wir auch schon. Trophäengewicht, Atlantischer genau. Atlantischer Lachs ist jetzt übrigens auch am Volcho drin. Und dann gibt es auch zusätzlich noch eine Änderung am Windenbach. Der geliebte Windenbach hat jetzt den Steinschill noch mit dazu bekommen. Eine Möglichkeit nochmal richtig gut Kohle zu machen. Auch im Low-Level-Bereich ein kleiner Fisch, der wirklich ganz gut Kohle bringt. Ich hoffe, dass man den auch ganz gut dann mit Jig und sowas am Windenbach rausziehen kann. Dann macht das nämlich da auch wieder mehr Spaß, auch direkt im Spinning-Bereich Gas zu geben. Dann gucken wir nochmal rein. Da gab es, glaube ich, nochmal Infos. B-b-b-ba, Klotzerbecken, das hatten wir. Ladoga Lachs hatten wir auch. Zander, ich glaube im Bereich genau da. Erfahrungsgewinn von Zander, Kaul, Ba, Schläfer, Grunde wurde erhöht. Das ist gut, dementsprechend auch der Preis am Fischmarkt erhöht, dass man da ein bisschen mehr Kohle reinbekommt. Kaulbarsch, Leute, gerade im Low-Level-Bereich, Attacke, Vollgas auf Kaulbarsch. Lohnt sich, hat sich vorher schon gelohnt. Wenn das jetzt nochmal mehr wird, richtig gut. Und wenn zwischendurch ein paar Schläfergründeln reingehen und die auch Kohle bringen, sind wir jetzt natürlich nicht böse drum. Wecki-Würmer-Herstellung ist drin, hatten wir gerade schon gesehen. Neuer Hersteller für die Kalmar-Löhrs hatten wir gesehen. Neue Rollen von Zeimann, genau. Und, und, und. Ja, dann wurde ein bisschen was behoben. Aber auch da nicht wirklich was Wichtiges. Köderführung, Treibangeln. Genau. Das ist, glaube ich, so das A und O. Und das Wichtigste, jetzt am 25.12. startet dann auch nochmal das Stippen, das Stipp-Event. Im letzten Jahr war es am Moskitosee, dass man quasi mit der Stipprute versucht hat, so kleine Säckchen rauszuziehen. Man hatte auch manchmal einen Fail da dran. Da war dann so ein fettes Bleigewicht da unten dran an der Stippe. Ähm, aber man hat eben auch geile Loots rauskriegen können. Premium-Tage und dann konntest du mit den Premium-Tagen wieder Premium-Loot rauskriegen und so weiter. Bis hin zu der Mega-Rolle mit der, ähm, die, die, die Venga. Das ist natürlich der, ja, wahrscheinlich der Ausnahmefall. Aber es gibt guten Loot und man kann sich da schon mal ein paar Stunden ransetzen. Ab dem 25. geht es dann wieder los. Bis zum 11.01. steht hier 12, äh, 10 Uhr. Stippruten am festlich dekorierten Platz am Moskitosee. Genau, genau. Das sind so die wichtigsten Points. Wir gehen jetzt natürlich nochmal rein. Ich habe noch gar nichts gemacht. Ich habe ja auch noch gar nicht geangelt. Das heißt, ich schnappe mir hier wie gewohnt mein Spinning- beziehungsweise Schleppset. Ich bin unterwegs mit der, das müssen wir mal eben ändern, mit der, äh, Black Edition. Black Edition nutze ich, äh, seit längerem ganz gerne, ähm, als Route. Einfach so, ähm, wegen den Punkten hier auf den Wobblern, ne? Black Edition. Ich gehe jetzt hier aber heute deutlich stärker dran. Ich will gar nicht hier das, das feine Setup. Ich gehe in die Vollen, so einigermaßen zumindest. Wobei ich glaube ich trotzdem noch, hier, nehmen wir einfach mal das, im Bereich 32 Kilo. Hechte sind ja auch angekündigt, beziehungsweise dran. Ähm, hier nehmen wir mal 31 Kilo Vorfach. Köder nehmen wir gleich. Und dann gehen wir aufs Echo-Load ein und aufs Bootfahren im Detail. Das wird super spannend. Und da müssen wir tatsächlich suchen. Suchen, probieren und gucken, was man machen kann. Alter, weißt du was? Ich bleib sogar, ich wollte gerade sagen, auf Vekirig direkt. Ne, auch hier gehen wir nochmal auf den Kunstköder erstmal. Ähm, und neue Köder, auch das kaufe ich mir erstmal noch nicht. Also nicht jetzt, sondern ich gehe erstmal mit dem, was wir haben, rein. Also, kaufen wir uns ein Bootsticket. Für das neue Boot ist es hier. Bootsstation, hier ist es tatsächlich. Und wir haben die Möglichkeit für Bootsverleih B, Bootsverleih A. Jetzt ist aber rot, wahrscheinlich nicht rot, sondern das ist rot. Genau, das ist A und das ist B. Okay, Kategorie A ist Premium und dementsprechend teurer, wie auch zum Beispiel am Wolcho. Kostet 100 Ocken, ist nicht ganz wenig, aber das müssen wir natürlich ausnutzen. Wir gehen da rein, gönnen uns, hocken uns. Das Wetter ist gerade gut, die Sonne scheint, soll sie auch. Rein damit. Und was wir schon hören ist, wir hören nichts. Wir gehen rein. Man hört fast nichts. Und, ei, 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 und es ist schnell. Und es ist schnell. Es fühlt sich direkt schnell an. Ich gehe mal hier so in diesen Bereich hier unten links. Ich fahre einfach mal raus. Also, es fühlt sich schon direkt schnell an. Ganz wichtige Komponente. Wenn wir jetzt so wie heute schönes Wetter haben, ist natürlich auch das Gewässer entsprechend ruhig und gechillt. Ich gucke mal eben, geht der Trollinggang? J. Er geht automatisch runter im Trollinggang. Man sieht jetzt hier rechts diese Anzeige vom Tempo. Wir sind auf 3 kmh. Wir sehen natürlich auch das Echolot. Superspannend. Da gehen wir jetzt aber gleich nochmal ein bisschen drauf ein. Und jetzt sind wir im Trollinggang. Ja, und wir können Y drücken. Stehen dann hier vorne rum. Kann man hier weiter. Super. Man kann bis hinten hindurch gehen. Und jetzt sind wir hier im Trolling. Fahren quasi immer noch weiter. Und können jetzt hier in dem Bereich einfach loslegen und sagen, alles klar, jetzt geht das Spinning los. Oder das Wobbeln und so weiter. Und schleppen. Was nehmen wir für Köder? Ich würde sagen, wir nehmen mal Deep Runner. Deep. Da. Da gibt es doch noch von Anno Muftig. Hatte ich doch schon mal irgendwann die guten alten Deep Runner. Ah, am Ladoga. Ne, an der Achtuba schon verwendet. Die schmeiße ich mal raus vor Spaß. Nicht ganz so weit. Boah, Alter. Das ist aber die Happy Hour und Co. Lauter als der Bootsmotor mittlerweile. Das kann man aber auch alles mittlerweile zum Glück einstellen. Muss ich bloß noch machen. Auch hier nehme ich den Deep Runner. Wir fangen einfach mal damit an. Aggressiv gelb. Köder passen auch. Haken passen auch. Und wir gehen runter. Bremse mache ich erstmal ein bisschen lockerer. So. Jetzt haben wir hier den Trollinggang mit 3 kmh. Was ich gerade noch sagen wollte. Wenn wir jetzt bei diesem schönen Wetter unterwegs sind, ist es natürlich alles gespannt und gechillt. Wenn wir jetzt Gegenwind hätten, auf dieser riesengroßen freien Fläche, richtiger Sturm und das ballert uns entgegen, können wir, oder kommen wir natürlich nicht mehr so richtig aus dem Quark mit diesem Trollinggang. Wir können uns dann hinsetzen, immerhin zwei Routen immer noch im Trolling haben, leider nicht die dritte. Und können dann die Geschwindigkeit ein bisschen anpassen. Das heißt so, dass wir halt nicht mehr diesen Gegenwind haben und gar nicht mehr vorwärts kommen, sondern wir erhöhen einfach ein bisschen die kmh, geben so ein bisschen manuell Gas und sind dann wieder in einer guten Geschwindigkeit. Da müssen wir dann natürlich in Zukunft vielleicht auch ein bisschen aufpassen und rumprobieren, welche Möglichkeiten da vielleicht auch mit am besten sind. Was kann man da am besten nutzen? Welche Geschwindigkeiten haben wir da Möglichkeiten mit den verschiedenen unterschiedlichen Geschwindigkeiten rumzuspielen und andere Fische zu fangen? Wird alles super spannend. Ja, so sieht es aus. Das sind glaube ich erstmal so die wichtigsten Fakten zum Gewässer. Ich bin übelst gespannt, was jetzt hier geht. Wir werden natürlich auch heute noch in den Livestream gehen. Ab 19 Uhr, denke ich mal, spätestens wird es losgehen. Und dann geht es natürlich... Und hier ist schon was dran. Wahrscheinlich ein kleiner Stint oder sowas. Alter, erster Fisch. Den Stint! Alter! Der Stint gewinnt. Läuft schon. Läuft schon. Ja und so weiter, ne? Ich werde nicht so... Also ich werde alles durchtesten. Ist doch klar. Man muss alles testen jetzt. Testen, 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 testen. Ach so. Es gab natürlich die große Frage, kann man hier Routen abstellen? Jetzt läuft man hier rum. Wir können hier keine Routen abstellen. Wir können natürlich auch keine Routen wie die Grundrouten abstellen. Weil Grundrouten, ähm, immer noch, also das Nutzen von Grundrouten, diesen mächtigen Karpfenrouten, in diesen Positionen, sind einfach zu OP. Zu overpowered, zu übermächtig. Ähm, dementsprechend, ähm, würde man als Grundangler hier rausziehen, was das Zeug hält. Du gehst vielleicht jetzt dann direkt auf irgendwelche Störe oder sowas, fährst dem Fisch hinterher, pumpst ihn nach oben. Dankeschön. Und, äh, es fehlt quasi die Challenge, ne? Ach guck mal, hier auch mit dem Schaum und so. Finde ich schon ganz gut. Passt. Also, das, äh, das ist halt der Grund, warum es hier keine Grundrouten gibt. Auch hier immer noch nur diese zwei Halter. Aber was geil ist, man kann sich halt hier so hinstellen, ringsherum laufen, wenn man so im Drill ist. Ich hoffe, man fällt nicht rein. Ich will es jetzt gerade nicht ausprobieren, ob man reinfällt. Später probiere ich es mit Sicherheit aus, ob man reinfällt oder nicht. Ähm, gucken wir nochmal schnell natürlich aufs Echolot. Wir sind jetzt gerade hier im, äh, kommen jetzt hier in diesen Elfmeterbereich und gucken jetzt mal hier drauf, wie sich das denn hier abzeichnet. Und hier sehen wir dann auf dem Echolot zum einen, ähm, dass wir, ähm, 27 Meter tief gerade sind. Das heißt, wir sind noch hier, direkt hier in dem Bereich. Hier ist eine 27 Meter Tiefe. Da müssten wir ja jetzt gleich hier die Elfmeter erreichen und das auch im Echolot sehen. Und dann da diese Unterwasserkante, äh, sehen. Was wir auch sehen ist, dass wir, ähm, gerade scannen sozusagen. Wir scannen, da geht es langsam los, es geht hoch. Wir scannen unten rechts die Zeit, also oben links, das ist quasi jetzt, äh, die Tiefe. An den Fischen, wir haben hier gerade einen Fisch, der ist auf zwei Meter Tiefe. Das heißt, wir könnten jetzt hier anhalten und in diesem Bereich anfangen, vielleicht mit der Pose auch zu angeln oder mit einem Vekirig. Und, ähm, ganz unten auf, was war das jetzt, 27, 25 Meter kommt ein Fisch. Da kommt jetzt gleich im Mittelwasser was Großes. Drei Fisch, ne, drei Meter Tiefe, großer Fisch. Und man sieht es eben, kleiner Fisch, mittlerer Fisch, großer Fisch. Ähm, und da müssen wir einfach gucken, ne, wollen wir denn jetzt hier speziell die Großen? Fangen wir denn jetzt auch die Großen? Gucken wir mal. Vielleicht sind aber auch die Köder hier, die ich gerade verwende, überhaupt nicht interessant. Und deswegen fange ich auch einfach nichts. Aber das muss man halt ausprobieren. Wenn man nicht immer nur den Mainstream nehmen will, dann probiert man aus. Und, genau, jetzt sind wir hier schon im 11 Meter Bereich gleich, 13 Meter tief. Der nächste Fisch ist 11 Meter. Und hier unten ist quasi so dieser Scan-Bereich, ähm, was quasi gerade abgescannt wird, ne, je tiefer das ist, umso mehr scannt man dann natürlich auch wieder ab an, an Grundfläche. Und, ähm, das sind aber auch so Sachen, die wohl später auch noch wieder verändert werden sollen, wenn es, äh, vielleicht noch weitere Möglichkeiten gibt, wenn das hier weiter ausgebaut wird und, und, und. Ähm, sehen wir das hier, 1, 2, 3 kmh sehen wir tatsächlich auch. Auch das hier sind Sachen, das ist alles, glaube ich, noch nicht wirklich relevant, ne. Jetzt kommen wir langsam in den 18 Meter Bereich. Genau. Ja, und so weiter geht das. Ich werde jetzt erstmal noch ein bisschen weiter testen. Ähm, zieht raus die Brocken. Wir sehen uns gleich im Livestream. Es kommen natürlich in den nächsten Tagen noch, äh, wie gesagt, die verschiedensten Videos, ähm, zu, ja, zu all dem, was neu ist. Petri Elümmels, zieht raus. Dankeschön für euren Support. Gerne einen Daumen da lassen, den Kanal abonnieren, wenn noch nicht geschehen. Und wir sehen uns dann im Livestream oder im nächsten Video. Bis dahin. Bis dahin. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020